Alter, ihr habt doch wohl... Geht's noch? Geht's noch? Geht's noch? Geht's noch? Held... Dann sind sie gleich wieder zum Agro, warum? Nein! Moment, Karagor! Dankeschön! So, hab Spaß! Mach Hundi! So, jetzt müssen wir mal irgendwo mal einen... Nehmen wir unser toller Stroh an rein. Was? Da! Du bist auch so einer! Komm, gib mal ja! Jawoll! Anständig, sehr, sehr anständig! Auch! Versuch's noch! Na klar! Du nicht so! Ja, genau! So, ich möchte doch bloß den Umgang da haben, Mensch! Den Lappen! Apropos Lappen! Hier steht noch so ein Lappen! Hi! Bitte Lappen? Du bist gar nicht so Lappen! Hä? Äh? Achso, ich glaub den... Den hat man schon, ne? Ja, ich glaub den hat man... Den hat man schon... Den hat man schon... Hm... Dach! Ja, das hast du auch meinen Fingerabdrück im Gesicht! So, aufnehmen! Mantel des Weitläufers! Oh! Wollen wir gleich mal gucken, was das für ein Ding ist! Stufe 17! Wow! Besser als unser Legendärer! Das ist ja... Das ist ja sehr gut! Töte einen Feind vom Rücken eines Reitiers aus! Das ist zu schaffen! Hm... Mehr Schaden von Verbündeten Bestien ist auch sehr gut! Erhöht den Giftschaden bei Feinden um 19%? Ja... Ja, ich weiß noch nicht! Ich weiß noch nicht! Hm... Hm... 50% Schaden von Verbündeten Bestien hat das also auch? Hm... Na dann bringt das eigentlich nichts, wenn wir... Wenn wir diese... Legende... Wenn wir den legendären Umhang tauschen durch den seltenen... Außer die zwei zusätzlichen Schleif... Äh... Schleif... Schleichpunkte... Wir behalten den erstmal an! Wir behalten den erstmal an! Würde ich sagen! So, mal gucken! Äh... Gut, das ist immer noch der Ultima die Beste! Stufe 12! Wie siehts hier aus? Hm... 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 Schauen wir mal! Was kann man hier so machen? Was hat denn der eigentlich für einen drin? Was hat der für einen drin? Der hat einen grünen! Einen grünen... So einen! Okay, davon haben wir noch nicht genug! Hiervon hiervon können wir mal wieder ein paar zusammenschweißen... Nein! 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 Das war falsch! Den möchte ich bitte drin haben! Aber... Ich möchte die zusammen drücken! Und den auch! Und hier noch einen! So... Jawohl! Jawohl! Da haben wir auch nichts Besseres gerade. Jetzt gucken wir mal auf den Bogen. Stufe 14 ist schon das Beste, was wir haben. Stufe 14 legendär ist auch das Beste, was wir haben. 20 plus können wir noch nicht rekrutieren. Aber das wird ja schon bald der Fall sein. Ja gut, mehr können wir gerade nicht machen, ne? Ne, mehr können wir nicht. Alles klar. So, da liegen noch ein paar Essensmarken irgendwo rum. Wahrscheinlich hier oben. Wo? So, her damit. Jawohl, auch meine. Kommen gleich in den nächsten Fastfood-Automaten. So, das möchte ich noch zerstören. Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Ach, da ist es ja. Na, ist doch toll. Gehört ihr mir schon? Oh mein Gott, ihr seid! Vielleicht, das gedacht. Wäre ich da fast durch, ohne die beiden übernommen zu haben. Britenbestien, ja, ganz toll. Für Schleichen. Mhm. Festnageln. Ja, wer hat davor keine Angst? Erst, Erschöpfung und das übliche. Ja, dreht mich um, dreht mich um. Guck mal, meine leuchtende Hand. Mal sehen, bei E.T. war es nur der Finger. Alter, Talion. Alter, hoffentlich bleiben wir nicht an so einem Ding da hängen. Das wäre extrem uncool. Zerstören. Jawohl. Jetzt haben sie nur ihre Bestien. Damit werden sie mich nicht aufhalten. Doch, doch, es geht schon. Früher habe ich noch ein grünes gesehen. Da wollte ich eigentlich auch gerade hin. Weißt du? Das ist doch einfach mal die beiden Lappen, die du deinen Gesicht nennen, wenn du mal zusammenhängst. Ich bringe dich auch um den Verstand. So. So, die Flächen schmal, aber dich nehme ich auch gleich rein. Finger weg. Wenn du auch da schon da bist. Alter, hier weiß man gar nicht mehr, wer ist. Die Brenner. Guck mal hier. Lass doch mal die Finger weg. Alter, siehsa. So, jetzt kommt der uns. Oh, okay. Schön, die da raus. Nein, den will ich nicht. Ich möchte den hier. Der Ausriss. So, wie schön. Wie schön, dass die alle gleich gelöscht sind. Sobald wir mit den leuchtenden Fingern auf ihn zeigen. So, das geht auch gerne. Jawohl. So, was haben wir noch so schönes? Haben wir noch einen Hinweis? Nein, das stimmt nicht. Nein, haben wir natürlich noch einen Hinweis. Nee, eigentlich eher nicht so. Dieser Typ, weißt du? Manchmal. Ich meine, wir spielen ihn zwar. Er ist unser Held, aber... Na, manchmal. Komm mal her. Komm auf meine Seite. Ich mach dich glücklich. So, jetzt bist du glücklich. Jetzt kannst du froh sein. Und froh lockend durch die Gegend hüpfen. Hi. Ja. Das ist aber sehr erstaunt. Wunden. Ach, wer weiß. Ich weiß nicht mehr, ob er uns überhaupt gesehen hat. Oh. So. Zack. So, du gehörst jetzt uns. Was, auf einer Perle? Ich bin auch keiner Perle. Wollen wir mal. Ja, 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 ja. Hast du auch einen leuchten Handabdruck im Gesicht. So, dich nehmen wir sofort rum. Zack. Und den nehmen wir ein. Kein. Mist. Oh, 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 oh. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ach, nee, 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 das darf nicht sein, Entschuldigung. So. Tja. Das ist nicht dein Gesicht. Tja, schade. So, und zack. Warum geht denn das nicht mehr? Das ist ja jetzt seltsam. Wir müssen kurz warten, bis er so macht sich überhaupt ein Auto. Sonst hat er die Schatten macht. Jetzt geht's. Wahrscheinlich nur in einer bestimmten Entfernung. Hier haut er nicht gleich tot. Ich möchte ihn auch noch haben. Genau. Alter, sind sie stressig in so einer Festung? So, und jetzt die drei Türme. Eltariel hat Nazgul in der Nähe gesichtet. Untersuche die Gegend, um zu erfahren, was sie planen. Belohnung 10.208 Erfahrungspunkte und 930 Essensmarken für den Automaten. Ein Träumchen. Der Kampf ist zwecklos, Waldläufer. Du erreichst nichts. Die Hädir gehören dem Hexenkönig. Er findet dich. Und bald beherrscht er dich. Schnell, sie dürfen die Hädir nicht erlangen. Nein. Ja, wo ist denn hier einer? Da ist einer. Hier war auch einer. Da. Hallo? Nein. Alter, was soll denn das? Alter, reiste. Perfekt. Puh. Hüpp. So. So. Gut. Gut, gut. Oh, mal kann ich doch mal herrücken. Oh, nie los. Hallo. Nein. Aufsetzen. Und dann geht's los hier. Gut. Ah. Ich erobere diesen Held hier. Ich bin vom Hexenkönig auserwählt. Und du bloß ein Verräter. Meinst du? Ja. So, wollen wir gleich mal ein bisschen hauen hier. Jawohl, jetzt können wir ihn auch einnehmen. Das machen wir jetzt auch. Herr damit. Hallo. Du bist mein Herzen. Ähm, beschämen? Wieso beschämen? Kann man nicht, kann man nicht. Ach, dann soll er bis zum Tod kämpfen. Tschau. So. Äh, ich hätte gerne, ich hätte gerne mal. Hast du dich nicht gefragt, warum El-Tariel als Galadriels Klinge auserwählt wurde? Ich maße mir nicht an zu wissen, was in Elbenköpfen vor sich geht. Sicherlich wird diese Galadriel die Beste schicken. Ich stelle nicht den Fragen. Moment, Moment. Erstmal muss ich wissen, wo der zweite Turm hier ist. Das wird wir ja wahrscheinlich als zweiter Turm gemeint sein, dass sie die Beste ist. Sondern nur, ob sie die erste ist. Nein. Ein bisschen schneller. Alter, dieser Mann. Dieser alte Mann. Da, gerade keine Zeit ruhig. Ei, 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 ei. Los, schneller, schneller, schneller. Schneller, schneller. Das geht jetzt mir. Wollen wir mal Gas geben. Tag. Warum? So ein hübscher Karibor. Nicht, der läuft so schön. Nichts blaue. Ei, 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 ei. Dieses Turm ist, wirst du nicht finden, was du suchst. Hier findest du nur Qual. Und mit deinem letzten Atemzug berge ich den Held hier für den Hexenkönig. Mein Markku. Anfällig Jünger, Schleich, Tode stößen. Fernkampf in Richtung Personen. So, öffnen einmal. So, öffnen wir. Und sechs von sieben. Ja, aber echt. Bam. Jawoll. So soll es sein. Ich habe auch eine Elben geschossen. Woher? Woher neben? Daher? Oh, hallo, 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 hallo. Ich habe ein weiches Gemüt. Kannst du mal bitte da hoch? Man, man. Das ist der Teil, der uns nicht mal. Da, da unten. So. Ja, ja, ich brenne. Ja, ich weiß, ich sehe das selber. Bin ich auch nicht sehr stolz drauf, gerade zu brennen. Aber ich suche hier gerade irgendwo so ein Orkopf war. Aber ich finde hier keinen. Haben wir hier irgendwo einen? Da hinten jetzt. Da. Da. Ich werde eine Melodie aus deinem Schmon. Ja. Was? Oh, wow. Oh, wow. Oh. 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 er ist gebrochen gucken wir sehen auch nicht einsammeln können nein es ist nicht so gedacht doch das ist doch okay dann kämpfe bis zum toten Der Zurm tut tödliche Wunden. Das hat ihm wohl nicht gefallen. Ah ja. Oh ja. Moment. Wenn der letzte Turm uns gehört, sollten wir zusehen, dass wir die Ritualstätte finden. Oh ja. Ich brauche übrigens noch ein paar Pfeile. Da irgendwelche. So, ähm. Zack. Zack. Die tun gleich mal mit. Du bist jetzt mein Best Friend. So, wollen wir mal gucken, wo wir jetzt am besten... Ach, am besten. Ja, hier mitten durch die Baumkronen. So, die Natur tut uns hier nichts. Die haben wir schon mal besiegt. Ja. Mehr oder minder. Minder. Oh. 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 Weißt du mal schon lange nicht mehr. Nicht falsch, falsch. Jetzt aber... so da sind wir auch schon handlung 15 beine besiegen das ist ja klar in flammer in richtung schleich angriffe die auserwählten halten stand dieser herr dir gehört dem hexenkönig nein er wird den hellen herrscher ach so einer und niemals und beschutzt sich auch noch okay machen wir mal so ein so wir haben ja keine zeitlich vorgabe kann man da irgendwie mal gucken hat eine angst für euch hat eine angst von euch vor fliegen würde mich auch mal brennend interessieren platzen schleich töten genug geblickt ich freue mich nicht ich freue mich bei euch zack uiuiui jetzt fliegt mir doch vorbei helter als ob so ein boss noch nicht genug wäre mal terrorisieren klappt das irgendwie nein klappt natürlich nicht du bist aber warum ich finde der steht mir ganz gut da so ich brauche leider noch dein 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 schädelkollern so sehr schön das muss ich mal kurz gucken dafür muss ich jetzt aber auch schleichen naja gut ganz schnell wieder weg täuschen tarn und verbissen ja oh ne hat mich hier gesehen das ist nicht gut na los hoch 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 du kannst dem doch doch das geht schon das geht schon in ordnung das weiß der auch Ich bin hier, falls du dir es anders überlegst. Gut. Müssen wir hier nochmal gucken. Wie können wir denen dann am besten beikommen, Mensch? Am besten, wir locken ihn da irgendwie rüber. Jetzt hat er nicht gesehen. Diese Uruks. Natürlich. Auch das noch. Sprunglokale, auch das noch. Eieieiei. So, komm her, du. Wie lange braucht der? Der sieht uns nicht. Natürlich, warum sollte er auch? Und der soll anfällig gegen Schleichangriffe sein? Irgendwie eher nicht so, ne? Entflammbar, ja. Hinrichtung, Schleichangriffe. Ach so, anfällig für Bestien und er leidet nur Schaden. Okay. Ah, da ist noch eine Bestie. So, und du bist jetzt mein? Und hab Spaß, mein Kleiner. So, jetzt müssen wir gucken, ob hier irgendwo noch ein Grog was rumsteht. Aber ich glaube eher nicht so. So, jetzt müssen wir leider von hier oben jetzt bewerkstelligen, irgendwie. Ich würde dem zu gerne zusehen im Clane. Ach, das kommt auch noch hinterher. Na, dann, komm, dann machen wir es mal zusammen. Jawohl. Jawohl. Ne? Ne? Ich bin in den Haar. Okay. Na gut. Ohn Ring hat er dabei. Bin ich schon mal ganz, ganz große Klasse. Hier, ähm. Na ja. Wir versuchen jetzt mal an dem Nassbool dahinten. Eine Schickenden. Eine Schickenden. Oh. Oh. Du gerest dich. Echsenkönig. Geht's bestimmt nicht. Oh, wir sind. Warum biebst du dich immer? Oh. Ach, ich kann es nicht. Ich bin. Ich bin. ja wohl alter auftrag abgeschlossen zähigkeit unterhalten 930 essensmarken und alle bonusziele jawohl mit jedem turm den wir erobern schwindet die sicht des hexenkönigs wir rauben dem hexenkönig mehr als nur sein augenlicht in der tat und das ist auch sehr gut so wir rauben ihm nicht nur sein augenlicht vermutlich sogar seine macht den haben wir ja schon oder ich weiß gerade nicht ja doch den haben wir auch schon gut wo machen wir jetzt weiter ich würde fast sagen jetzt ist hier keine nebenquests mehr jetzt müssen wir eigentlich mit der mit dieser wohl es gibt ja eigentlich zwei hauptquests der et in deiner armee ist bereit es ist an der zeit den legendären oberherrn nun zu besiegen und die inmortal einen namen zu machen möchte ich ganz ehrlich gesagt noch nicht machen ich möchte erst mal die essenz einsammeln die artefakte einsammeln das mache ich aber wahrscheinlich dann doch besser auf screen und ich würde super gerne auch noch mehr hauptmänner noch noch einsammeln ich fühle mich noch nicht dazu in der lage dem häuptling dahin gegen zu treten auch wenn hier schon einiges grün für uns ist aber es sind gerade 123 also 4 5 6 7 hauptmänner 77 ja die sind alle noch nicht uns und der macht wahrscheinlich auch gar nicht damit das ja unser berater eigentlich also 12 die nicht 3 4 5 6 6 nach hier er liegt ja schon toll 1 2 3 4 5 6 7 insgesamt ohne ihn sind sechs ok tja aber hurra hurra der träume haben wir den ich gerade erledigt oder war es ein anderer hurra da habe ich mich da eben geguckt egal wir machen erstmal weiter würde ich sagen und zwar wir gehen jetzt etwas mal hierhin würde ich sagen ja hier ist noch ein hauptmann den immer mit und dann ja nehmen wir noch ein paar hauptmänner ein und dann machen wir uns auf die festung also ich würde sagen drei hauptmänner noch und dann können wir uns auf die festung stürzen gut machen wir so